Was meinst du? Wollen wir morgen zusammen in die Spielhalle gehen? Das erste Spiel geht auf mich. Können wir ein Doppel spielen? Im selben Team? Wir sind immer im selben Team. Guten Abend. Die Nachricht des Tages. Encom-Vorstand und Videospiel-Ikone Kevin Flynn ist spurlos verschwunden. Flynn übernahm Encom 1982. Wie die Zukunft von Encom aussieht, wird maßgeblich von der Entwicklung dieses Waisenjungen abhängen. Sam, ich wurde letzte Nacht angepiept. Es kam aus dem Büro deines Vaters in der Spielhalle. Alan, du tust so, als würde er da einfach sitzen und arbeiten. Wo bin ich? Er ist anders. Dein Vater war der Schöpfer. Er dachte, er sieht dich nie wieder. Dad, es ist lange her. Du hast keine Ahnung. Der Raster. Eine digitale Welt. Es ist unglaublich. Diese Welt war schöner, als ich es mir je erträumt hatte. Und auch gefährlicher, als in meiner Vorstellung. Was ist passiert? Blue ist passiert. Kevin Flynn! Wo steckst du gerade? Was soll ich tun? Überleben? Wir holen dich hier raus. Nach draußen liegt eine neue Welt. Sie kommen. Nach draußen! Ja! Liegt unser Schicksal! Hier ist's durch. Untertitelung des ZDF, 2020